Willkommen Freunde, zurück zu einer weiteren Folge von Truth, wieder mit dir bei der Shilling. Yo, coolste Maske der Welt. Oh, hier ist eine riesige Spinne. Ich bin gerade am, 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 der Spinne entkommen. Oh, wie süß! Komm ich dir mal entgegen. Nö. Ach, du bist noch unten, okay. Ich war noch unten, ja, okay. Ich geh da raus. Die Spinne ist dir ganz egal. Auf zum, ne, ich will jetzt nicht in den Weißen. Der Weiß ist jetzt so cool. Obwohl, da hinten ist doch was. Siehst du das, siehst du das, siehst du das? Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Oh mein Gott, wie riesig. Zwei Tower und ein Kristall in der Mitte. Sehr schön. Ich geh top lane, du mit lane, oder wie? Alles klar. Und dann fieden wir die Mobs so richtig weg. Falscher Spielkollege. Vor allem, ich habe keinen Plan, was ich da rede. Alter, sieht das nice aus. Slay the Dracolic Lord. Dracolic Lord? Ich denke mal, er wird in der Mitte sein, habe ich recht? Hm, ja, das sind immer zwei Türme und man weiß nicht, wohin. Vier Türme. Ach so, vier, wow, das habe ich gar nicht gesehen. Vier Türme. Ich laufe der Masse hinterher. Unten oder oben? Ich gehe hoch. Wo läuft die Masse? Immer nach oben. Ich laufe dir hinterher. Ich bin direkt hinter dir. Okay. Boah, kriegt man einen Drehwurm, ey. Ja, schon irgendwie. Nur hier oben ist... Oh, mein Gott. Die sind unten. Wollen wir runter? Nee. Ja. Ich will ganz kurz in die Mitte in diesen Kristall rein. Da ist nämlich schon ein Loch drin. Oh, das sieht gut aus. Wie kommt man da rüber? Haben sich die rüber gebaut? Ich springe. Der eine baut sich da hinten rüber auf der anderen Seite. Ach, stimmt. Moment, ich versuch's mal anders. So. Kannst du bauen? Dann klau ich mir deinen... Ich bin jetzt schon in der Luft. Da hätt ich mir deinen Weg geklaut. Da hätt ich mir deinen Weg geklaut. Nee, sorry, habe ich nicht gemacht. Nee, hilf nach unten gefallen. Nein, oder? Sag nicht. Ich geh den anderen Weg noch. Ich wär erstmal die ganzen Typen-Typen-Kirchen wegen Flux. Ich brauch das für meinen Forcing. Ach so, die großen. Ja, gute Idee. Ich hoffe, ich hab auch was mit. Ist nicht. Bossdown, leider. Das war's schon, ist ja langweilig. Wenigstens war ich dabei. Du bist uncool. Wenigstens einer von uns, vom Team Burger King. Ich will ganz kurz... Oh, hier ist noch einer. Wow, nein. Autsch. Das tat weh. Da unten ist einer. Alter, wie viel Schaden der eine macht. Das tat dezent weh. Ich komme mal zu euch. Nö. Schade. Was? Dafür, dass du mir den Boss geklaut hast. Und das Item vorhin. Und das Item vorhin. Dass du dich nicht schämst. Also wirklich. Doch, ich laufe ich ja irgendwie. Davon merke ich aber nicht viel. Alter, dieser Dungeon sieht ja richtig gut aus. Ich bin hier gerade reingelaufen. Ganz kurz, um zu gucken, wie das aussieht. Sieht aber lustig aus, wie die Leute echt hier gebaut haben. Vom einen Turm zum anderen und so weiter. Ja. Warum bin ich da nicht rübergekommen? Eher in Ärger aber auch. Weil ich zu wenig Energie habe. Du musst ja... Nein, du musst wieder dein Jump Equipment ausrüsten. Nee, es geht schon. Ich bin aber nur zu doof gewesen zum Jumpen. Ich habe meinen ursprünglichen Jump gar nicht benutzt. Den ich eigentlich noch hätte. Ach so, den. Okay. Ich habe nur meine zwei Skills benutzt gehabt. Ich bin der König der Welt. Kaboom. Tausend Schaden bekommen. Ich habe dich genau gesehen. Okay, lass weiter Richtung nördlich gehen. Geiler Dank. Leider habe ich den Dings nicht gesehen. Ah, den Bossgegner. Das war nur so ein Event. Ja, ja. Nur so ein Event. Oh, Cyberwelt. 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 Was ist das? Ah, die Tronwelt. Genau. Die Tronwelt. Cool. Den Film wollte ich mir auch mal angucken. Tron. Aber wie viel habe ich es immer noch nicht geschafft? Ich kenne ihn auch nicht, aber... Ach so, den kennst du auch. Einfach nur so gesagt. Das erinnert mich so dran. Ich mache mal ganz kurz meine Hütte hier hin. Okay, dann macht der die Hütte hin. Auch in Ordnung. Ah, Tränke. Genau, Ringtränke. Da vor uns ist was? Ein Cyberdrache, glaube ich. Und rechts daneben ist auch noch was. Ein Cyberdrache? Naja, ich glaube nicht, dass es ein Drache ist. Da bräuchte man schon sehr viel Fantasie. Und der sprengt sich schon rein. Ach, das meinst du? Aha. Der Typ sprengt sich schon rein. Der hat da keine Hemmungen. Der macht alles kaputt. Da baut jemand stundenlang dieses schöne Gebäude und dann sprengt es jemand in Sekunden weg. Ja, dass die Leute sich nicht schämen, also wirklich. Da ist der Shadow Knight schon. Ah, ich sehe ihn. Bam, Quest complete. Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? In der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. Wieder nichts bekommen. Ihr wollt mich doch... Ne, doch. Ich habe ein mysteriöses Artefaktrezept bekommen. Geil. Ich habe auch ein Rezept. Sehr schön. This is not in your collection. Ich finde meine Maus nicht. Ach, hier. Was ist das? Ein mysteriöses Artefakt. Ich weiß nicht, was das bringt. Lerne mal. Einmal liege die Maustaste drauf und dann lern. So, habe ich getan. Der Gartengnom bietet dir ein schnelles Reitier an. Oh. Wenn du möchtest. Nein. Übrigens kannst du die Bomben selber craften, ne? Habe ich gesehen. Wenn du bei V drückst, dann kannst du die Bomben craften. Aber das ist ziemlich teuer. Diese Primordial Flames vielleicht, aber die findet man sicherlich auch irgendwo. Irgendwo öfters. Ich habe nur drei Stück momentan. Ich habe, glaube ich, elf in meiner Kiste drin. Okay, ich gehe wieder raus. Oh, der hat einen Hundi. Wer? Wo? Der Hohgäster hat, glaube ich, einen Hundi gehabt. Ich sehe nur einen fliegenden Teppich. Lass mich hier in dieses Farbige reingehen. Rechts daneben. Das ist ein Spielehaus, oder? Ah, perfekt für uns, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Dungeon ist. Oh, ein Dungeon. Oder meinst du dasselbe, was ich meine? Ach so, du meinst das hier. Das Farbige. Oder ich weiß nicht, was du meinst. Äh, das sind zwei Häuser, zwei riesige. Das ist nicht das, was du meinst, glaube ich. Ach, das meinst du. Okay, jaja, jetzt bin ich bei dir. Ist klar, ja, ich weiß schon, wo ihr hingelaufen seid. Das war, das war nichts da oben. Das kleine Häuser da oben. Oh, Robogeg... Warte mal. Wo war das? Ich hatte irgendwo Robogegner 2.0. Aber jetzt ist es weg. Hier, bei mir. Hier, hier, in der Luft gerade. Wo war ich da? Ah, weiter oben. Die sprengen sich schon rein. Die sprengen sich schon rein. Es gibt wieder, es gibt wieder unten und oben und so weiter. Da musst du dich wieder irgendwo durchkämpfen. Wo bist du? Ich spreng mich rein. Genau in die Lava. Irgendwo bin ich jetzt. In der Mitte von diesem Haus. Ihr seid da hinten. Robotics Salvage habe ich gerade bekommen. Ja, toll. Und weiter. Ich gehe da mal wieder raus. Irgendwo muss man hier bestimmt langlaufen. Das weißt du doch vom letzten Mal, oder? Kann mich düster erinnern. Okay, einer ist down. Ein Held. Oh, ich bin alleine hier. Ich habe ihn. Ah. Denkst du, du wirst den hinten kommen? Ah, da kommt jemand und hilft mir. Bin bei dem RoboRef 2.0. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich komme leider gerade nicht hin. Im rechten Gebäude von den beiden. Ach, keine Ahnung, in welchem ich gerade bin. Aber ich habe zumindest die Quest gerade aktuell nicht mehr. Down. 1125 XP. Du bist ein Arsch. Ich habe auch so bekommen. 1125, aber trotzdem. Au, 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 au. Und wieder Stufe 8, Alter. Mies, mies, mies. Ich sehe den Gartengnome aber mehr nicht. So, warte mal. Ich komme wieder zu dir. Ich weiß ja aber nicht, wo ich bin. Ich gehe jetzt wieder raus. Nein, ich komme gerade zu dir. Nein, komm zu mir. So, ich glaube, ich bin hier richtig. Hoffe ich zumindest. Kaboom! Boah, das Jump'n'Bockt echt richtig. Guck mal, das spielt tausendmal mehr Spaß, finde ich. Bin ich wieder der König der Welt? Oh, da hinten ist eine Glaskuppel. Das ist dann nämlich ein anderer Dome. Wie geil! Siehst du das auch, nee, ne? Ich bin noch nicht ganz oben, warte mal. Nee, nicht ganz oben, weiter draußen wieder. Oh, ich sehe es. Wollen wir da hin? Ja, ich bin gleich da. Da ist zwar nur Danger Awaited Location. Ihr war aber, glaube ich, schon mal gewesen. Das war auch eine Glaskuppel. Geil. Ah, ich bin schon oben. Das bockt so dermaßig. Ich kann es nur wiederholen. Hol dir tausend Jump oder so. Das ist einfach zu cool so. Ich will da reinkommen. Ich boxe mich durch die Wand rein. Ah, hier, ich sehe dich. Kaboom! Wow, die haben schon wieder angefangen, oder? Nö, doch mal nicht. Was ist denn das hier? Nö. Aber ich fange jetzt an. Die sprengen gleich alles weg hier. Au! Mich erinnert das, ich kannte Ander the Dome gar nicht. Mich erinnert das an die Simpsons-Folge. Also, so vom Hörensagen schon, aber nicht gesehen. Coole Serie, kann ich nur empfehlen. Aber nur so die erste Staffel, die zweite. Das ist ein bisschen mehr. Wie viele gibt es? Oder weißt du das? Bis jetzt zwei. Bis jetzt zwei Deutsche zumindest. Es gibt, glaube ich, vielleicht ist da schon der dritte übersetzt auf Englisch. Aber ich gucke mir ja meistens so das Deutsche an. So, da haben wir sie. Kein Item wieder. Item, Item, Item. Ich kriege keine Items mehr. Ich gehe zur nächsten Kuppel. Kommst du mit? Yo. Hier ist, ich wollte schon sagen, das ist eine Doppelkuppel, aber... Doppelt gemoppelt. Da hinten ist er. Zum nächsten Dome. Ich glaube, ich muss danach auch mal die Reichweite höher stellen, weil ich habe die jetzt gar nicht gesehen. Ich habe es auch 256. Also, Slay the Robotic Lord. Das ist ein richtiger Lord. Das ist kein... Ich habe eine Bombe bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Da, geh hoch. Hier hinten. Okay. Hier oben in der Glaskuppel. Yo. Oh, habe ihn schon. Oh, der mag mich. Der mag dich? Der steht auf mich. Ja, wer nicht, ne? Yo, frage ich mich auch. Einem Schilling kann man nicht widerstehen. Außer Österreich. Die haben ihn abgeschafft und gegen den Euro ersetzt. Der Schilling ist scharf wie Chili. Aber ich kriege keine Items. Doch, da kriege ich was. Shadow Guys. Diesmal ich nicht. Wenn du was bekommst, bekomme ich nichts. Plus sieben Attack Speed, aber minus einen Jump. Und da hat man plus einen Jump und plus drei Attack Speed. Naja. Ich würde aber gerne mein Damage behalten. Nö, behalt deinen Jump. Ähm. Ich kann mein Reit doch gar nichts benutzen. Schau mal, wo gibt es denn die nächste Kuppel? Da hinten sind, glaube ich, noch zwei, oder? Kann das sein? Willst du uns verkuppeln, oder wie? Uns beide gerne. Ich, ich sehe das nicht. Also du musst fragen. Ich habe die, ich habe so eine geringe Sicht weiter. Eine riesige Kuppel. Eine Kuppelstadt. Kuppelception. Oh mein Gott. Mit Solaranlagen. Mit Solaranlagen. Ich sehe noch immer nichts. Äh, das ist so. Man steht direkt an die Tür. Guckt sie an. Ich will nicht, dass es abspackt. Oh, hier. Er spackt, er spackt ja nicht ab. Es wird nur kurz unterbrochen. Wie geil. Nice. Guck dir diese Kacke an, ey. Ein Meisterwerk ist ja Wahnsinn. Rauf, rauf, rauf. Ich weiß noch nicht, wo ich rauf soll. Oh, das sieht ja mal richtig spitze aus. Das gefällt mir. Slay the Roborace 2.0 wieder. Oh, nein, nein. Da hinten haben wir eine Kuppel. Da ist ein Warndreieck. Mann, wie dumm bin ich. Bist du runtergefallen? Leider. Egal, ich komme noch rauf. Ja, kein Ding. Kein Ding für den King. Alles easy. Ganz oben, oder wie? Mit diesen Plattformen. Ich bin gerade auf dem Weg nach ganz oben, aber hier sind gerade... Da ist der nächste, da ist der nächste Roboter. Da kann man sich gar nicht entscheiden, wohin. Ach so, jetzt sehe ich das Warndreieck. Da bin ich erst. Okay, der erste ist gekillt hier. Da ist die Kiste. Ganz alleine die Kiste für mich, bitte. Mach die Kiste auf. Ich will alles haben. Oh, bist du? Ich will sie auch. Okay, ein Item war ich nur willkommen. Schade. Ich war in irgendeiner Kuppel von den ganzen... Ja, toll. Es gibt ja nur 25 Kuppeln in etwa. Das ist richtig. Deswegen weiß ich auch nicht, in welcher ich drin bin. Ah, hier sehe ich was. Ich habe den Roboraf. Bist du ganz oben? Ja. Den Snack, ich war ganz oben. Ja, so in etwa. So in etwa. Wie nett. Richtig fetten Damage. Nein, das war er ja gar nicht. Ich dachte, das war er. Oh, jetzt noch ein rotes. Nehme ich gerne mit. Es gibt viele Zwischengegner in den Dingern drin. Der hat ausgesehen wie ein Boss. Ich dachte... Nein. Du auch? Oh, fast. Nein, fast. Ich konnte es noch retten. Ich sollte wirklich meinen Jump benutzen, weil ich... Oh nein. Meinen riesigen Jump. Nein, das gibt es einen. Ich fall immer weiter nach unten. Warte mal. Ich such dich. Ich such mich gerade selber. Wir müssen, glaube ich, in das rote Ding da reinmachen. In der Mitte da oben. Ich muss weiter nach gehen. Rot? Wo siehst du immer rot? Ich sehe hier nichts Rotes. Was Orangenes. Siehst du das nicht? Auch nicht. Nö. Ah ne, das ist super mehr. Das ist nicht das in der Mitte. Okay, ich laufe weiter... Nö, nö, nö. Ich laufe weiter nach oben. Das hat hier keinen Sinn. Runterfahren tue ich eh kaum. Weil mein Roboraptor so fucking fast ist. Aber ich muss dich enttäuschen. Ganz oben angekommen. Gibt es gar nichts. Du hast mich gerade... Er ist bestimmt ganz unten. Oh nein. Oben ist ein Portal. Oben ist ein Portal. Nein, noch nicht. Ich will auch kommen. Der Snailor sucht uns. Ah, da bist du. Glaube ich. Der Snailor sucht... Wie? Der Snailor sucht uns. Nein, ihr habt ihn schon getötet. Wohin wir gelaufen sind. Nein, ich bin absolut nach unten gefallen. Ich bin einmal komplett nach unten. Sauber. Danke, danke. Da freue ich mich immer. Sehr schön. Da freue ich mich immer. Liebend gerne. Puh, dann geh schon weiter. Ist mir egal. Ja gut, ich bin auch unten wieder. Obwohl, wenn du rauf möchtest, das Portal wäre jetzt da. Nee, da kriege ich eh keine Items mehr. Ich muss ganz kurz Flasks nachfüllen. Ach so, ja. Das ist eine gute Idee. Ich habe neun. Ich hätte acht gehabt. Ah, hier Norden bist du. Sorry. Da hätten wir auch eine Glaskuppel. Nailor will mir einen Ring schenken mit Jump. Aber den sollte er dir schenken. Nee, schenk ihn nicht mal dir. Ich dachte, er wollte einen Heiratsantrag machen. Aber ich will gar nicht so viele Geschenke annehmen. Jetzt haben wir schon die Ressourcen für die Clubkarte. Ah, genau. Wollten wir auch noch machen. Hier ist noch eine... Noch eine Slade Cannon Bot ist hier oben. Wieder so eine Kuppel. Cannon Bot hatten wir noch nie, oder? Doch. Kenn ich nicht. Wohl stimmt. Der Name kommt mir auch gerade etwas unbekannt vor. Aber den... Ich glaube, den vielleicht haben wir schon einmal Besieg gehabt. Aber... Es ist so sch... Ich kriege hier einen Drehwurm, ey. Ach so, wieder so. Oh. Naja. Die ganzen Kuppeln, ey, haben immer nur... So was. Oh, wir sind hier alleine oben. Oder zu zweit, zu dritt. Und wir müssen gegen so viele Gegner kämpfen. Nee, jetzt kommen wir. Gleich kommen mehr. Sind schon alle da. Schilling der Rette, Not ist schon hier. Aha! Bist du da? Bist du da? Nee, du bist nicht da. Wo nennt man mich? Doch fast. Wenn ich wüsste, wo der Aufgang ist. So, hier. Wow, Stacheln. Da hinten ist doch so eine... Alter, ich will... Da ist noch so eine Riesenstadt. Ich will die... Alter, dieses Gebiet ist so unglaublich geil, muss ich sagen. Aber hier kommt gerade keine... Ah, doch jetzt. Hab was, Hütchen. 1 H20 Hydrofront. Stufe 8. Guck mal, der Geah Hero, der läuft schon richtig. Okay. Da ist eine riesige Stadt nochmal vor uns. War das nicht die? Nee, das ist eine neue. Das ist eine neue. Ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause, weil wir haben die Zeit nämlich schon wieder überschritten. Gute Idee. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Bye, bye. Haut rein. Tschüss.